Kylian Mbappé steht vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain weg. Das Ganze hört man natürlich nicht das erste Mal in seiner noch jungen Karriere, seit er eben bei PSG war. Dennoch war die Lage selten so konkret, wie sie jetzt ist. Denn Mbappé selbst hatte ja zunächst den Vertrag 2022 verlängert bis 2024, wo eigentlich schon ein ablösefreier Transfer zu Real feststand, ist dann eben bei PSG geblieben. Der Vertrag hat eine Option, die eben bis zum 31. Juli diesen Jahres geht. Und durch diese Option könnte er eben selbst den Vertrag verlängern um ein weiteres Jahr bis 2025. Allerdings hat eben Mbappé selbst am vergangenen Montagabend die Vereinsführung von PSG in Kenntnis gesetzt, dass er eben jene Option nicht ziehen möchte. Dementsprechend läuft sein Vertrag bis 2024 und die Sachlage ist eigentlich recht klar. PSG muss ihn in diesem Sommer verkaufen, wenn sie noch Geld wollen. Ansonsten könnte er eben nach der kommenden Saison ablösefrei wechseln. Und so wie es aussieht, hat sich PSG auch schon entschlossen. Sie wollen alles daran legen, entweder den Vertrag zu verlängern oder ihn eben verkaufen. Denn ein ablösefreier Abgang kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Was mich schon so ein bisschen wundert, weil es ja 2022 auch schon kurz bevor stand. Und da hatten sie es eigentlich auch schon vermasselt. Vielleicht haben sie auch daraus gelernt. Nun ist auf jeden Fall klar, sie wollen ihn höchstwahrscheinlich verkaufen in diesem Sommer. Und das wäre auf jeden Fall ein richtiger Kracher. Was die Ablösesumme betrifft, geht es wohl so in ca. 160 bis 180 Millionen. Was ein bisschen weniger ist wie sein Marktwert von 180 Millionen. Aber da der Vertrag eben nur noch ein Jahr läuft, ist es eben so grob unter Marktwert angesiedelt. Dennoch ist es natürlich eine stolze Summe. Und nun stellt sich natürlich eben die Frage, wo könnte Mbappé hin? Geht er nun endlich zu seinem Traumklub nach Madrid zu Real? Da ist natürlich die Frage, kann man ihn sich überhaupt leisten? Man hat gerade über 100 Millionen für Bellingham ausgegeben. Zudem hat man gerade die Rückennummer 7 an Vinicius Junior vergeben. Wo natürlich Mbappé bestimmt auch gerne ein Wort mitgesprochen hätte. Auch wenn das jetzt kein allzu großes Kriterium ist. Denke ich, dass es dennoch schwierig wird. Vor allem was das Geld betrifft. Und da muss man auf jeden Fall schauen. Ich denke, Real wird trotzdem alles daran legen, ihn irgendwie zu bekommen. Denn sie brauchen einen Stürmer, nachdem eben Benzema sie jetzt verlassen wird nach der Saison. Und zudem ist es natürlich auch so, dass Mbappé schon gerne irgendwann bei Real spielen würde. Und die Königlichen ihn auch gerne in ihren Reihen hätten. Und würde er eben jetzt in diesem Sommer zu einem anderen Verein wechseln. Mit einem langfristigen Vertrag würde das das Ganze natürlich schon erschweren. Und für die Zukunft unwahrscheinlicher machen, dass er eben noch zu Real geht. Und wenn wir uns mal anderweitig umschauen, was jetzt andere Vereine betrifft. Dann ist es schon so ein bisschen schwierig, wenn man die Vereine anschaut, die ihn sich leisten können. Da gibt es vielleicht City, die aber eigentlich keinen Bedarf haben mit Haaland und auch anderen Top-Spielern. Ich glaube nicht, dass er da reinpasst. United wäre vielleicht eine Option, aber die haben eigentlich ihren Homeground-Player mit Rashford, der eben genau die gleiche Rolle spielt. Mal linker Flügel, der nach innen zieht, beziehungsweise so ein Hybrid aus linker Flügel und Stürmer. Daher sehe ich das auch nicht wirklich, vor allem weil United ja auch eine echte 9 vorne drin sucht, was Mbappé nicht unbedingt ist. Liverpool ist eigentlich auch keine Option, da sie eben nur Europa League spielen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ansonsten gäbe es natürlich noch Barca als Top-Klub, aber sorry, wie soll das funktionieren? Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass er zu Barca gehen würde. Und dann gibt es eben noch die Bayern, die ja eben bekanntermaßen auch auf Stürmersuche sind und dafür ja, wie sie schon gesagt haben, auch über 100 Millionen ausgeben würden. Deshalb stellt sich mir nun die Frage, sollte vielleicht Bayern mal bei Mbappé anklopfen und mal schauen, was da so möglich wäre. Also auf Twitter geistert das Gerücht jetzt auch schon seit gestern herum. Viele Bayern-Fans wünschen sich's, manche nicht. Und ich möchte das jetzt einfach mal kurz einordnen. Grundsätzlich gibt es eben schon mal Aussagen von vor circa einem Jahr, ein bisschen länger, von Uli Hoeneß, der eben meinte, für Mbappé würde er alle finanzielle Grenzen sprengen. Zudem würde Bayern ihn wohl kaufen, wenn er für sie bezahlbar wäre. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist jetzt mehr der Fall, wie es jemals wieder sein wird in seiner Karriere. Außer er bleibt jetzt wirklich bei PSG und geht ablösefrei, was ich aber nicht unbedingt für realistisch halte. Und daher denke ich, wenn Bayern zuschlagen sollte, dann jetzt. Dann muss man natürlich zunächst einmal die finanzielle Komponente beachten. Und da ist es so, dass wenn es um 160 Millionen circa geht, denke ich, Bayern könnte das finanzieren. Natürlich wäre das ein absoluter Rekordtransfer für die Bayern. Ich denke, sie hätten das Geld, um es sich zu leisten. Aber dann kommt halt eben auch noch das Gehalt von circa 72 Millionen Euro pro Jahr. Und da wird es dann ein bisschen schwierig. Aber ich denke, egal wohin Mbappé geht, da müsste er eben ein bisschen einbüßen, was das Gehalt angeht. Außer er geht jetzt nach Saudi-Arabien. Aber das denke ich jetzt erst mal nicht in dem Alter. Und da glaube ich, dass keiner so viel zahlen wird, wie er aktuell vom PSG bekommt. Weder Real noch sonst irgendein englischer Verein. Also finanziell wäre es extrem schwierig. Vielleicht wäre es möglich. Aber nur dann, wenn man eben auch Spieler verkauft, wie jetzt eben einen Goretzka, einen Pavard oder Lucas Hernandez. Aber es wird auf jeden Fall schwierig und man könnte dann eventuell auch nur beziehungsweise maximal eine B-Lösung auf der 6er-Position kaufen. Und deshalb fände ich eine Verpflichtung aus der finanziellen Sicht nicht unbedingt sinnvoll. Wenngleich ich natürlich nicht die Zahlen der Bayern kenne und auch nicht weiß, was man bezahlen müsste, was Mbappé an Gehalt fordern würde. Aber tendenziell wäre ich da eher abgeneigt aus Bayerns Sicht. Neben der finanziellen Komponente stellt sich aber auch noch die Frage des sportlichen Fits. Da ist natürlich klar, dass Bayern einen Stürmer sucht. Allerdings sucht man eben, wie vorhin schon angesprochen, einen echten Neuner, der eben vorne die Bälle festmachen kann und eben Räume für seine Mitspieler kreiert. Mbappé ist da nicht unbedingt die Ideallösung, der eben genau das mitbringt. Daher wäre er eben auch nicht der gesuchte Spielertyp, wenngleich er natürlich auch unnormal viele Stärken mitbringt. Auch auf engem Raum, sei es jetzt im Dribbling oder im Kombinationsspiel, einen extrem guten Abschluss. Aber ganz ehrlich, das muss ich nicht sagen. Mbappé ist natürlich ein Weltklasse-Spieler. Da muss ich nicht viel mehr drauf eingehen. Dennoch muss man natürlich sagen, dass Mbappé unter Tuchel schon bei PSG extrem gut funktioniert hat. Und auch da hatte man eben keinen klassischen Stürmer vorne drin. Da war es eben oft Mbappé oder auch mal Neymar, der den Stürmer gespielt hat. Und da hat Tuchel es auf jeden Fall hinbekommen, ein System ohne echten Neuner zu etablieren und damit eben auch Erfolg zu haben, ins Champions-League-Finale einzuziehen. Und genau das möchte Mbappé auch wieder erreichen. Vielleicht ist es für ihn ja interessant, für Bayern zu spielen. Er hat sich auf jeden Fall schon mal dazu geäußert, vor ein, zwei Jahren, dass er grundsätzlich nicht abgeneigt wäre und man halt generell schauen muss, was die Zukunft bringt. Dennoch weiß ich nicht unbedingt, ob es charakterlich zusammenpasst. Mbappé ist schon des Öfteren so ein bisschen negativ aufgefallen. Vielleicht könnte er sein Ego hinten anstellen. Aber ich weiß nicht. Also Bayern hat ja oft nicht unbedingt den einen Star gehabt, sondern ist eher über die Mannschaft gekommen. Sobald man Mbappé holt, wäre das definitiv anders und könnte sich auch nicht mehr ändern lassen, solange er eben im Kader ist. Alles in allem wird es interessant zu sehen sein, was diesen Transfersommer noch passiert, ob Mbappé wechselt und falls er wechselt, vor allem wohin er wechselt. Was jetzt die Bayern betrifft, sehe ich es nicht unbedingt. Da denke ich, dass man sich finanziell zu arg übernehmen müsste, um ihn zu holen und zudem der sportliche Fit nicht unbedingt garantiert wäre. Daher würde ich aus Bayern sich nicht zuschlagen, könnte aber auch verstehen, wenn man anderer Meinung ist. Lasst mich das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!